Der Sommer ist da, aber ich will für alle Eventualitäten gewappnet sein und gestalte mir und meinem Kind Partner-Gummistiefel. Ich habe einfach mit meinen Pintor-Markern bunte Regenbögen, Wolken und Regentropfen-Motive auf unsere Gummistiefel gemalt. Die Marker halten auf so gut wie allen Oberflächen und das Ganze wird am Ende noch mit fixativ haltbar gemacht. So, wir sind gewappnet für das nächste Sommergewitter. Folgt mir gern für weitere DIY-Ideen.